In einem Tarifvertrag werden die Arbeitsbedingungen zwischen Beschäftigten und der Arbeitgeberseite geregelt. Dazu gehören etwa Gehalt, Arbeitszeiten und Urlaubstage. Für die Beschäftigten handeln die Gewerkschaften die Bedingungen aus. Auf der anderen Seite stehen die Arbeitgeberverbände oder einzelne Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Tarifverträge geben beiden Seiten Sicherheit, da sie einheitlich und transparent für alle Mitarbeitenden die Arbeitsbedingungen festlegen. Abgesehen von bestimmten gesetzlichen Mindestbedingungen mischt sich der Staat hier nicht ein. Das bedeutet, dass Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften frei verhandeln können. Das garantiert Artikel 9 des Grundgesetzes und heißt Tarifautonomie. Tarifverträge können für einzelne Unternehmen gelten. Dann spricht man von einem Firmentarifvertrag. Verbreiteter sind aber Tarifverträge, die für ganze Branchen gelten, wie die Metall- und Elektroindustrie oder den Einzelhandel. Diese Tarifverträge werden oft für einzelne Bundesländer abgeschlossen, können aber auch bundesweit gelten. Hier spricht man von einem Branchen- oder Flächentarifvertrag. In Deutschland gibt es für mehr als 250 Wirtschaftszweige solche Vereinbarungen und derzeit etwa 80.000 Tarifverträge insgesamt, die für etwa die Hälfte aller Beschäftigten in Deutschland gelten. In den letzten Jahrzehnten ist die Zahl der Betriebe mit einer Tarifbindung rückläufig. Das bedeutet, dass immer weniger Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bereit sind, für ihre Beschäftigten einen Tarifvertrag abzuschließen. In der Regel führt das zu schlechteren Arbeitsbedingungen. Größere Unternehmen sind meistens deutlich häufiger an einen Tarifvertrag gebunden als kleinere. Es gibt aber auch größere Unternehmen, die sich weigern, einen Tarifvertrag abzuschließen, um hierdurch höhere Gewinne zu erzielen. Dabei hätte ein Tarifvertrag auch für sie Vorteile. Es muss nicht mit jedem Mitarbeitenden individuell verhandelt werden, was Zeit und Kosten spart. Arbeitskonflikte werden weitestgehend aus dem Unternehmen rausgehalten und das sichert den Betriebsfrieden. Beschäftigte dürfen während der Laufzeit eines Tarifvertrags nicht streiken. Das nennt sich Friedenspflicht. Ein Tarifvertrag bietet den Betrieben und den Beschäftigten Planungssicherheit. Und er sorgt für gute Arbeitsbedingungen und faire Bezahlungen. Gute Einkommen führen zu einer hohen Nachfrage, was wiederum der Wirtschaft und den Unternehmen zugute kommt. Tarifverträge sind ein nützliches Instrument, um für Beschäftigte gute Arbeitsbedingungen zu erzielen und für Unternehmen, um qualifizierte Fachkräfte für sich zu gewinnen und zu binden.